So, und heute erzählst du endlich die Geschichte. Ja, heute erzähle ich endlich die Geschichte, die Gott dem Abraham seinen Sohn geschenkt hat. Ja, Gott dem Abraham seinen Sohn geschenkt hat. Heute ist es soweit. Hallo liebe Kinder, schön, dass ihr wieder da seid. Okay, und jetzt? Jetzt erzähle ich. Erzähl. Ja, also Gott kam wieder zu Abraham und sprach zu ihm, Abraham, glaube an mich, gehe dahin, wo ich dich einhaben möchte. Und hör auf das, was ich dir sage. Und das hat das mit dem Sohn zu tun? Das wirst du gleich sehen. Wo war ich jetzt? Du hast gesagt, dass Gott den Abraham gesagt hat, er soll gehorsam sein. Genau, er soll gehorsam sein. Ja, da hat Gott noch gesagt, Abraham, ich möchte mit dir einen Bund schließen. Ein Bund? Was ist denn das? Ein Bund ist sowas wie ein Vertrag, wie ein Versprechen. Du machst das und ich mache das. Und das sollte das dann? Naja, die eine Sache war, Abraham sollte auf Gott hören, er soll ihm gehorsam sein und dahin gehen, wo Gott ihm gesagt hat, er soll hingehen. Okay, und was würde Gott machen? Ja, und Gott, er sagte, und dafür, wenn du das tust, will ich aus dir ein großes Volk machen. Du wirst einen Sohn bekommen und der wird Kinder bekommen und die Kinder werden auch Kinder bekommen. Und dann werden das ganz, ganz viele Leute sein, sodass dir niemand zählen kann. Und das hat Gott wirklich versprochen? Mhm, das hat Gott wirklich versprochen. Und weißt du, was Abraham gemacht hat? Nee, was denn? Abraham hat gelacht und sagt, aha, Gott, mach doch keine Witze. Guck mal, ich bin jetzt 99 Jahre alt. Wie, so alt war er jetzt? Mhm, seitdem die Geschichte mit Ismail war, sind schon 13 Jahre vergangen. Oh, der ist ja schon fast 100 Jahre alt. Fast 100 Jahre alt war er. Und deswegen sagt Abraham, Gott, mach doch keine Witze. Guck mal, hier habe ich Ismail, nimm doch dieses Kind, ja, und lass ihn den sein, den du mir versprochen hast. Und das hat Gott gesagt? Hat er gesagt, ja, okay? Nee, Gott hat gesagt, guck mal, Abraham, diesen Vertrag haben wir gemacht. Ja, ich habe dir was versprochen, ich werde das einhalten. Und das Zeichen für diesen Vertrag sollst du und alles, was zu dir gehört, jeder Diener, der zu dir gehört, der soll sich beschneiden lassen. Schneiden? Was ist denn das? Ich glaube, das werde ich heute nicht erklären. Fragt mal eure Eltern, wenn euch das interessiert, liebe Kinder. Aber hier werde ich das nicht erklären. Und das war das Zeichen für den Vertrag? Mhm, das war das Zeichen für den Vertrag, dass Abraham den einhalten sollte. Und dann? Na ja, Gott sagt, Abraham sagt ja, hier, Gott, nimm Ismail, den, vielleicht kannst du den nehmen. Ich bin so alt. Aber Gott hat doch gesagt, nein. Nee, genau, Gott hat gesagt, nein, Abraham, das, was ich dir versprochen habe, das werde ich einhalten. Du und Sarah, ihr sollt ein Kind bekommen und das sollt ihr Isak nennen. Aha, und das hat Gott gemacht? Gott hat, sogar ein Jahr später kam er wieder, hat den Abraham besucht, da saß Abraham beim Zelt. Da war er 100 Jahre alt, die Sarah war 90 Jahre alt und Gott hat sie besucht, hat mit dem Abraham gegessen und dem Abraham erzählt, Abraham, du sollst auch einen neuen Namen bekommen, weil du ja bald ein Kind bekommst. Wie, neuen Namen? Er hat doch gesagt, Namen sind wichtig. Und der Name Abraham, der heißt eigentlich Vater. Okay, und welchen neuen Namen soll er bekommen? Warte mal, zuerst Abraham und dann Abraham? Mhm, zuerst Abraham und dann Abraham. Was, wo ist denn da der große Unterschied? Naja, der Unterschied ist, Abraham heißt Vater und Abraham heißt Vater von vielen. Oh, dann hat Gott sein Name so geändert, dass man sogar am Namen das Versprechen sieht, was Gott ihm gemacht hat. Mhm, man sieht sogar am Namen von Abraham das Versprechen, was Gott, ja, heute muss man sagen, was Gott erfüllt hat. Damals war das ja noch nicht ganz so weit. Okay, und hat nur Abraham einen neuen Namen bekommen? Nö, auch seine Frau Sarai hat einen neuen Namen bekommen. Und zwar sollte sie nicht mehr Sarai heißen, sondern Sarah. Wie Sarah? Was bedeutet denn der Name? Der Name Sarah bedeutet Fürstin oder Prinzessin. Oh, das ist gut. Soll ich dich auch heißen? Wie, du möchtest Prinzessin heißen? Nee, 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 ich möchte Prinz heißen. Prinz Jack. Wie Prinz Jack? Nee, so sollst du mich nennen. Nein, komm, du heißt Jack. Nee, nenn mich Prinz Jack. Wir haben noch kein Versprechen, wir haben noch keinen Vertrag hier. Du bleibst Jack und ich bleib Eddie. Ja, du bist doof. Nein, nein, Prinz werde ich dich nicht nennen. Ja, ja. Also, vielleicht lass mich mal weitererzählen. Ja, gut. Was war dann? Naja, Gott hat mit dem Abraham gegessen und gesagt hier, du bekommst einen neuen Namen. Deine Frau bekommt einen neuen Namen. Und nächstes Jahr, um diese Zeit, werde ich wiederkommen. Und dann werdet ihr ein Kind in euren Händen halten. Oh, das klingt gut. Das klingt gut. Und wo Abraham und Gott vor dem Zelt saßen und gegessen haben, hören sie auf einmal so ein Lachen im Zelt. Wie ein Lachen? Naja, so. Wer lacht denn so komisch? Ah, wer denn? Ah, keine Ahnung. Wer? Die Frau von Abraham, die war im Zelt und hat natürlich zugehört. Was redet mein Mann da? Was sagt dieser Besucher da? Und dann hat sie gelacht, als sie hörte, ja, mit 90 wird, dass sie noch mit 90 ein Kind bekommen wird. Mit 90? Das ist total lustig. So alt und dann ein Kind bekommt. Das geht doch gar nicht. Das geht nicht. Das ging damals nicht. Das geht heute nicht. Aber trotzdem hat Gott das Wunder gemacht. Wie? Okay. Und weißt du, was Gott noch gemacht hat? Er sagte, Sarah, warum lachst du? Hi, hat er das gehört, dass sie gelacht hat? Mhm. Wir saßen ja draußen vorm Zelt. Und so ein Zelt hat ja ganz dünne Wände. Nicht so dicke Wände wie aus Stein hier bei uns zu Hause. Ein Zelt, das ist ja auch nur Stoff. Auch wenn es ein dicker Stoff ist, ist er trotzdem viel dünner als normale Mauern. Und das hat Gott gehört, dass sie gelacht hat. Oh nein, da kommt bestimmt eine Strafe. Nein, da kommt nicht eine Strafe. Aber er hat sie gefragt, Sarah, Sarah, warum lachst du? Und sie sagte, ach komm Gott, ich habe doch gar nicht gelacht. Doch, du hast gelacht. Ja, das hat doch jeder gehört. Hm, das hat er gehört. Und dann sagt ihr, Sarah, nächstes Jahr um diese Zeit wirst du ein Kind haben. Hm, das ist ja echt ein Wunder. So alte Omas und Ophers, die bekommen keine Kinder. Hm, das ist echt ein Wunder, was Gott gemacht hat. Abraham war 100, Sarah war 90. Und ein Jahr später haben sie tatsächlich ein Kind gehabt. Denn Gott kann wirklich das Unmögliche möglich machen. Ja, das ist ja ein Wunder. Ein Wunder. Wisst ihr was, Kinder? Gott kann auch heute das Unmögliche möglich machen. Wie, das Unmögliche möglich machen? Na ja, manche Dinge, die uns unmöglich scheinen, die kann Gott so schnipsen. Schnipsen? Du kannst ja gar nicht schnipsen. Ich habe meine Schwierigkeiten mit der Hand. Ja, also für Gott ist das sogar leichter als für mich Fingerschnipsen. Lass das lieber sein. Ich lasse das sein. Okay, also für Gott ist das viel leichter als ein Fingerschnipsen, Wunder zu tun. Ganz große Sachen kann er bekommen. Und wir lesen oder hören immer wieder, dass Gott uns hilft aus ganz schwierigen Problemen. Fragt mal eure Eltern, Kinder, was sie mit Gott erlebt haben. Fragt mal, was Gott für sie getan hat. Sachen, wo sie dachten, das ist unmöglich und wo Gott dann doch geholfen hat. Und, hast du auch was erlebt? Ob ich was erlebt habe? Oh ja, ich habe mal was ganz Großes erlebt, was ich nie wieder vergessen werde. Was denn? Und zwar hatte ich mal ganz viele Schulden. Wie, 5 Euro? Nee, nee, über 1000 Euro hatte ich Schulden. Oh, das ist ja 1000 Euro. Oh, so viel! Und ich wusste auch nicht, wie ich die bezahlen kann. Und ich dachte, okay, da werde ich vielleicht 10 Jahre lang bezahlen, bis die weg sind. Oh, ja. Und eines Tages kommt jemand zu mir und sagt, Edward, da war jemand Fremdes und der hat deine Schulden bezahlt. Alle 1000 Euro. Oh, wer war das denn? Keine Ahnung. Ich weiß bis heute nicht, wer das war. Aber jemand hat meine Schulden bezahlt und ich war glücklich. Und ich habe Gott gedankt. Und ich habe gemerkt, Gott kann das Unmögliche machen. Weil für mich, da dachte ich, 1000 Euro, das ist unmöglich. Kann ich nicht zurückzahlen. Niemals. Und doch hat Gott das Unmögliche gemacht. Wow, das wusste ich ja gar nicht. Hm, jetzt weißt du es. Jetzt hast du die Geschichte gehört. Oh, das heißt, Gott kann dir auch bei meiner Mathearbeit nächste Woche helfen. Hm, Gott kann dir auch bei deiner Mathearbeit nächste Woche helfen. Du musst dafür lernen. Aber am besten betest du auch, damit Gott dir hilft beim Lernen und dann auch beim Schreiben. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Ja, das ist super. Das war die Geschichte. Das war die Geschichte. Tschüss. Ja, bis zum Ende. Okay, tschüss.